Haben Sie schon von Eric Weinmeier gehört? Eric Weinmeier ist ein Amerikaner und der Erste, der als Blinder den Mount Everest bezwungen hat. Den höchsten Berg der Welt. Und nicht nur den Mount Everest, sondern er hat die Seven Summits bezwungen. Also die sieben höchsten Gipfel auf sieben Kontinenten. Eine Leistung, die nur ganz wenige Menschen vollbracht haben. Und die hat er als Blinder vollbracht. Ich habe neulich ein Interview mit Eric Weinmeier geführt für mein Buch über erfolgreiche Menschen mit Behinderung und was wir von ihnen lernen können. Und da hat mich eine Sache besonders beeindruckt und die möchte ich Ihnen jetzt wörtlich vorlesen. Er sagt in dem Interview, jeden Tag verbringe ich 15 Minuten damit, mir vorzustellen, oben auf dem Gipfel zu stehen. Bis zu dem Punkt, an dem ich praktisch das Knirschne Schnees unter meinem Steigeisen höre. Ich höre die Seile, fühle den Himmel, einfach nur die Kälte und ich fühle die Herzen meiner Teamkameraden, fühle die Tränen. Ich spreche buchstäblich in Tränen aus, weil ich tatsächlich dort bin. Und als ich oben auf dem Everest stand, hatte ich ihn in Wirklichkeit schon hundertmal in meinen Gedanken bestiegen. Ich denke daher, dass diese Art eines Glaubenssystems und dessen Einprogrammierung und das Unterbewusstsein enorm wichtig sind, um es wirklich dorthin zu schaffen. Ja, das ist es, was Sie von Erik Weinmeier lernen können. Wenn Sie sich große Ziele setzen, dann müssen Sie zunächst diese Ziele in Ihr Unterbewusstsein einprogrammieren. Und sich schon da sehen, wo Sie hinwollen. Das ist der erste wichtige und entscheidende Schritt. Und als er dann auf dem Mount Everest stand, da sagte sein Teamkamerad einen Satz zu ihm, der sehr wichtig war. Lass den Everest nicht den größten Erfolg deines Lebens werden. Das ist auch einer. Da hat er den höchsten Gipfel der Welt bezwungen als erster Blinder. Und er sagte seinem Kamerad, lass das nicht zum größten Ereignis deines Lebens werden. Aber über den Satz hat er viel nachgedacht. Und er hat danach viele tolle Expeditionen unternommen. Zum Beispiel durch den Grand Canyon. Und da gibt es Stromschnellen, die sind gerätet von 1 bis 10. Und er ist durch die schnellste und gefährlichste Stromschnelle, die mit 10 gerätet ist, mit einem Kajak gefahren. Blind. Unglaublich, wenn Sie über ihn lesen und unglaublich, wenn Sie mit ihm sprechen. Und Sie können so viel von ihm lernen. Nämlich vor allen Dingen, nicht die Behinderung als eine Ausrede zu nehmen. Oder sonst irgendwelche Nachteile, die Sie im Leben haben, als Ausrede zu nehmen. Sie werden so viel Erfolg haben, wie Sie sich selbst zutrauen. Und wie Sie in Ihr Unterbewusstsein einprogrammieren. Genauso, wie es Erik Weinmeier getan hat. Genauso, wie es Erik Weinmeier getan hat.